moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr vollkommen afk runen farmen könnt also ihr könnts quasi über nacht laufen lassen leute und so unendlich runen farmen und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt ihr müsst hier an diesen ort der gnade und zwar zum ersten schritt das ist die erste gnade leute und wenn ihr dann dort seid dann lauft den selben weg wie ich denn wir müssen hier hinter dieses gebäude direkt an der gnade so leute und hier wird es jetzt ein bisschen knifflig vielleicht klappt das nicht beim ersten mal aber bleibt dran beim zweiten dritten mal habt ihr es drauf kommt hier an diese stelle dann springt nach vorne leute macht noch mal einen doppelsprung und ihr müsst nämlich genau hier an diesem felsen landen dann schaut nach links leute springt nach links und dreht euch direkt auch nach links ihr solltet extrem hoch in die luft fliegen und euer ziel ist es jetzt auf diesem gebäude oben drauf zu landen und wenn ihr dann oben drauf seid dann habt ihr es auch schon geschafft jetzt könnt ihr hier in diese statue rein aber wir gehen noch nicht dort rein leute ihr geht erst mal so am rand und geht erst mal auf options dann auf mehr spieler aktiviert hier oben die krumpfinger medizin nachdem ihr das gemacht hat aktiviert hier dieses item die zunge und danach könnt ihr noch diesen weißen ring aktivieren falls ihr den weißen ring nicht habt leute den bekommt ihr an tafel der gnade bei den zwillings jungfern könnt ihr den kaufen und wenn ihr das dann gemacht habt dann könnt ihr noch sicherheitshalber hier in diese statue reingehen und jetzt heißt es einfach nur noch warten denn jetzt werden immer wieder leute von einer anderen welt zu euch kommen als invasion und versuchen euch zu töten aber wenn die euch nicht finden dann werden die entweder das spiel verlassen oder die werden von jemand anderen getötet und immer wenn das passiert leute bekommt ihr halt runen je höher ihr mit dem level seid umso mehr runen bekommt ihr und das könnt ihr quasi die ganze nacht durchlaufen lassen und so unendlich runen fahren ansonsten war es das auch schon mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die die noch kein abo bei mir haben können jetzt an dieser stelle ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren um immer auf dem neuesten stand zu bleiben viel spaß und bis zum nächsten mal ciao